ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ah, 30 tausend, äh, 12 tausend, 12 tausend Fuck. Das war jetzt blöd. Krieg ihn. Voll nicht. Nee, ich krieg ihn. Verdammt. Wenn ich meine Korrosionswaffe drauf schießen soll, dann hätte ich ihn bekommen. Alter, ich hab mit der Schrotze draufgeballert aus nächster Nähe. Ich auch. Das ist am einen egal, weil es einfach 24 Schuss hat. Ey, lad, vergiss die Dinge hier nicht, die Missionsgegenstände. Hab ich mitgenommen schon gerade eben. Nein, hast du nicht. Eins hab ich mitgenommen. Hier drin liegen noch mehr. Wo? Ja, da bin ich ja auch nicht lang gelaufen, du Bommi. Oh nein, oh nein. Wir haben keine Muni mehr. Da oben stehen noch welche. Niko, wir müssen noch mal hoch, ne? Hier. Ich bin schon oben, du Quap. Ich wohne gerade Muni. Oh fuck. Was für welche sind das? Essliche. Ja, dann werden die gleich zwei schöne Explosionen abziehen. Kein Thema, Alter. Lauf nicht vor mein Feuer, ey. Wuh, da ist ein Bär. Schmidi! 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 Nein! Um Himmels Willen! Hey, um Himmels Willen rettet dich jetzt auch nicht mehr. Dabei hatte ich das Haus fast abgezahlt. Dabei hatte ich das Haus fast abgezahlt. Ich hab gerade einen Text. Wie ich Godwin kenne, lassen wir sie von ihren größten Badass bewachen. Sollte aber kein Problem für dich sein. Ich wollte dich nur warnen. Ja, geil. Hast du gehört, was der eine gesagt hat? Wo bist du? Wo bist du? Im Kampffeld? Ich mach den gerade irgendwie 7000 mit der... 44.000. Ja, das ist die SMG, die den Schaden macht. F-Fantastisch. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit einer irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Jetzt kommt Bloody. Wuhuhu! Beutelzwerg! Boah! Alter! Alter! Alter macht der Schaden. Hallo Beutelzwerg! Beleid mal kurz. Ich steh direkt neben dem. Alter, er hat so einen hässlichen Strahlen. Ist er zu wenig gay. Warum? Kletter langsam runter. Ja, gerade noch seitdem ich wiederblebe. Oh oh. Ich glaube, der mag dich nicht. Alter, der gibt dir halt richtig krass. Wir schlagen gerade zu zweit einen kleinen Typi. Ja. Der uns äh eigentlich ziemlich überlegen ist. Weg mit dem. Ich hab nix getrobt. Bullshit, Alter. Sag mal Niko. Hä? Du bist ein Vollidiot. Du bist so ein Vollidiot. Ernsthaft. Muni! Muni! Nachladen. Alter, mir gehen einfach die Granaten aus. Geht gar nicht klar. Ja, ich werf die auch die ganze Zeit. Alle Slackproben haben wir. Jetzt werden wir sterben. Ja. Boah, nice. Ich hab wieder einen Raketenwerfer, Muni. Meine Damen und Herren, wir befinden uns auf dem Zug in Richtung Bloodwings Station. Bitte verachten Sie den kleinen Lücken zwischen dem Zug und der Plattform. Wir werden hier einen kleinen Aufenthalt haben und sagen wir eine halbe Stunde. Es könnte ein, zwei komische. Du bist Bloodwing zurück, was? Schade. Ich hab einige hochinteressante Iridium-Experimente an hier durchgeführt. Ich lasse sie umgehen, aber was soll's. Wir sind dann noch das erste Mal. Eigentlich auch nicht, nur ein wenig größer. Oh mein Gott. Die ist 44. Wer geht dich lieber? Bloodwing hat alle Elemente zu ihrer Verfügung. Feuer, Elektrizität, Korrosion, Slack. Und, und, ah, Mist. Das letzte hab ich vergessen. Ha, was war's nochmal? Oh Gott, verdammt nochmal! Du musst sie nur schwächen, ich betäube sie dann! Tut mir leid, Soldat, aber du musst Bloodwing besiegen. Tu, was du kannst, um sie zu retten, aber wenn's nicht geht. Sie hat das, was wir brauchen, um an Control-Core Angel ranzukommen. Und die Kerlschung aufzugreifen. Ne, kein Stück. Die hat zwar einen Schaden an hier. Oder auch nicht. Haben wir genug Muni dabei? Wuhu! Ein bisschen Schaden hat sich schon bekommen. Ja, wir können auch noch eine halbe Stunde dauern, bis wir fertig sind. Wie gesagt, wir haben eine halbe Stunde der Aufenthalt. Mama! Sie geht auf dich los! Vorsicht! Boah, ich will ja gar nicht, ob ich da die Tube benutze. Sie fährt die Kallen aus! Pass auf! Alter, du hörst doch mal das gleiche wie ich, oder? Ja. Ja, jetzt mach Damage, mach Damage, mach Damage! Ich kann... Scheiß drauf! Damage! Tube drauf! Der Kammerjäger ist dein Freund! Nicht kämpfen! Ich fick den Vogel, Alter. Äh, also... Mit Schaden. Alter, Elektro kommt jetzt. Scheißegal. Hä, hat die Heilung gekriegt? Nein, hat sie nicht. Alter! Hast du was abgekriegt? Oh ja, scheiße, du hast was abgekriegt! Alter, dein Liebespike! Oh, Leute. Da wollte ich... Achtung! Achtung! Kommen wir in die Viecher rein! Ah! Schnell! Geh in Deckung! Kann jetzt grad nicht helfen, kill eine von den Viechern! Ah, kein Thema! Aber... Das ist ein ausgewachsenes Slacks ist tatsächlich! Die haben wenig... Die haben wenig Leben! Piep! 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 Oh! Ist das zufällig der Ton, dass... Ah! Ha! Viecher zu kommen! Lass den einen am Leben! Hier! Weißt du den komischen Vogel? Nein, den letzten Scheißvieh! Ja, ich lass dir lieber den komischen Vogel am Leben! Dem kann ich nix anfangen! Alter! Tube den Vogel ab! Junge! Tube! Ihn! Weg! Er darf nicht loslegen! Er darf nicht loslegen! Er darf nicht loslegen! Er darf nicht loslegen! Er ist losgezogen! Er ist losgezogen! Er ist in meinem Raketenwerfer drinne! Du hast echt nur zwei Schuss? Alter, ich hab sieben! Mach deinen Sturzschluck! Hau ab! Juhu! Ja, es ist breit gedodged! Ah, es boppt einfach! Weißt du eine Minute? Eine Minute? Ich glaube, brauche ich doch nicht, um es wieder zu beleben! Achtung! Ah! Das war zu knapp! Halb voll! Bitte! Halt dich hoch! Nice! Wenn die auf dem Boden ist wieder! Sofort! Tube! Jetzt würde ich aufpassen! Korrosion! Ja! Daran erinnere ich mich! Na komm! Was war's noch? Alter, die hat wieder halb volles Leben! Ja, die halt sich jetzt mal! Alter! Das heißt... Ja, und wenn wir keine Muni mehr haben... Wirkst irgendwie da Muni! Wo das denn? Oder auch nicht! Warte mal, wenn die da ist, dann Granaten drauf und Tube drauf! Okay? Wenn die landet, okay? Anders haben wir keine Chance sonst! Warte, mach weiter! Ich hole mir einen von den Viechern! Ja, jetzt, komm! Granate und alles! Alles drauf! Bin kaputt! Alter, gönn dir mal den Schaden, den meine Granaten gerade gemacht haben! Hol mich! Ich geh mit dem Raketen herfahren! Ich hab sie gleich! Ja, ich auch! Drauf! Drauf! Rein! Nein! Es tut nicht weh! Ehrenwort! Ah, schon fertig? Ich sterbe jetzt aber gerade! Ja, ich auch! Ja! Alter! Alter, war das knapp! Ich hab's zu weit weg! Ja, ich hab's zu hoch! So, jetzt, weißt es wieder! Sprengstoff! Äh! Deshalb schaffst du mich nicht, du herrenloser Ablöser! Zimmlich gay! Ah! So stell dich, sonst war dieser dämliche Flattermann nur der Anfang. Joa, ich bin da draufgegangen und du? Ja, ich sterb jetzt gerade. Hörst du mich? Ja, bin auch draufgegangen. Da hat es einem Vögelchen den Kopf weggesprengt, ne? Nur so ein Gedanke. Die Hyperion Corporation respektiert jegliche Liedsitzung, solange sie kreditwürdig ist. Julian? Ja, ja. Bin gerade am Snapper wechseln. Okay, bin wieder da. Und dann gehen wir aufräumen, ne? Ja. Mach von hier aus. Ja, dann skill ich auch mal schnell. Wie lang brauchst du denn, du, ey? Ja, warte mal. Entspann dich. Ich bin gerade noch am Sachen durchlesen. Oh, fuck. Ich spring mal runter, ne? Sorry. Jetzt tube ich ne Restwixer weg hier. Aber, komm. Kann so ein King-Style. Willst du mich holen? Nö. Nö. Eigentlich nicht. Aber ich kann jetzt neue Waffen verwenden. Erst mal nachschauen. Ja, kannst du. So, dann gucken wir mal. Oh, ja. Sniper tauscht mir aus mit... Komm zu Papa. Nahkampfschaden. Hast du denn noch ne 7000er, Sniper? Doch, doch. Hab ich gerade weggepackt, eine. Willst du die? Ja, wenn du sie nicht willst. Liegt hier drin, einen Moment. Nee, Alter, warum... Ach, ich dachte schon, du bist weitergelaufen. Ich hätte Korrosionssniper. Bitte, da liegt meine. Ja, gut, okay. Das ist natürlich auch... 15.000 mal 5. 15.000, nochmal mal 5. Ja, die Sniper von dir ist natürlich deutlich besser. Und voll. Aber wie schießt die denn? Mit Kugeln. Dreier Burst. Warst du auf der Seite drin, in der Kiste? Ja, ja. Achso, was? Nee, was war... Ein Sniper mit 5000 und dann Slack-Schaden. Äh, Korrosionsschaden. Guck gerade mal noch, ob ich noch andere Waffen hätte, die ich anziehen könnte. Ich brauche irgendwann mal neue Schrotzen, ey. Ich kriege die ganze Zeit keine Schrotzen. So antworten wäre halt schon praktisch, ne? Ja, ne? Wo ist denn bloß? Ich hatte doch irgendwo ne Violine. Ich wollte so sarkastisch damit rumfiedeln. Gestern war sie noch da. Jetzt, wo ist sie denn? Oh, Blake, wo ist die blöde Geige? Hat er ja echt einen Schaden. Ich finde irgendwie lustig, dein Typ. Ja, klar, aber er hat einen Schaden. Ah, neue Waffe testen. Was? Mein neuer Sniper macht 50% mehr Nahkampfschaden. Okay. Okay.